Hey Freunde der Sonne und der guten Unterhaltung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist was passiert. Und zwar war ich gerade total fleißig am Videoschneiden, als ich die Info bekam, dass der Trailer zu Hawkeye raus ist. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Dementsprechend schaue ich ihn mir jetzt gerne mit dir an. Ich bin mega hyped. Bin ist auch mega hyped. Ist leider bei der Physiotherapie und kann deswegen die Reaction nicht machen. Aber ich habe eine kleine Nachricht von ihm für euch, die wir uns nach dem Anschauen des Trailers angucken. Dann gebe ich meinen Senf noch dazu. Und damit wir gar nicht lange warten müssen, los geht's. Viel Spaß. Das ist das erste Weihnachten, das wir zusammen verbringen. Seit Jahren. Ich liebe euch Leute. Ich hole die verlorene Zeit wieder auf. Die zuständigen Behörden fragen sich, ob der maskierte Rächer, der die Unterwelt terrorisierte, zurück ist. Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Müssen wir uns Sorgen machen, oder ist... Nein, nein, alles in Ordnung. Ich bin Weihnachten wieder zu Hause. Ich verspreche's. Mit diesem Anzug habe ich mir eine Menge Feinde gemacht. Du bist Hawkeye. Und wer verflucht bist du? Einige Leute nennen mich tatsächlich... ...die beste Bogenschütze in der Welt. Bist du eine von diesen Leuten? Hey, Babe. Ich sollte in ein, zwei Tagen wieder da sein. Warte mal kurz. Die Dinge sind komplizierter geworden. Der ist zu gefährlich. Definitiv nicht den. Du musst das definitiv nicht so betonen. Alter! Es gibt Feile, die gefährlicher sind als der? Na, fröhliche Weihnachten. Ja, das war noch mal ein Trailer. Mega nice. Aber bevor ich jetzt meinen Kram dazu gebe, erstmal die Nachricht von Benne. Der ist nämlich echt mega hyped. Ein Moment. Hey Leute, hier ist Benne. Greetings. Aus der Physiotherapie. Es geht langsam bergauf, aber ich könnte mir gerade richtig in den Arsch beißen, dass ich die Trailer Action zu Hawkeye nicht machen kann. Natürlich bin ich dankbar, dass sie trotzdem für den Kanal gemacht werden kann von Jan. Er ist wirklich eine super Bereicherung. Und ich bin froh, dass auch in den kommenden Monaten Veränderungen hier passieren werden, die wir euch beide gemeinsam an dieser Stelle so gerne vorwegnehmen würden. Aber machen wir natürlich nicht. Zum Trailer, zu Hawkeye. Ich könnte mir, wie gesagt, in den Arsch beißen. Eieieiei. Dieser Trailer knallt mal sowas von ordentlich. Es ist der Wahnsinn. Hawkeye endlich mal wieder zu sehen. Und nicht dessen alter Ego Ronan. Ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wenngleich natürlich auch Ronan hier Thema ist. Wenn wir Kate Bishop sehen, die sich offenbar dieser alternativen Identität von Clint Barton bedient, welcher selbige aber wohl wieder aufgegeben zu haben scheint und nun wieder Hawkeye ist. Das erklärt natürlich auch, wie Kate Bishop und Hawkeye zueinander finden. Hawkeye erfährt über die Nachrichten, dass jemand als Ronan wieder seine Tätigkeit aufnimmt und die Unterwelt in Angst und Schrecken versetzt. Und macht sich dann gleich auf den Weg, diese Person zu finden. Und nach Möglichkeit, ja, auch ihr Einhalt zu gebieten. Und die Dynamik, die sich dann aus der Interaktion zwischen Kate Bishop und Hawkeye entwickelt, die hat mir hier in dem Trailer alleine schon richtig, richtig gut gefallen. Ich bin hin und weg von diesem Trailer und Jan hat euch bestimmt noch ultra viel dazu zu erzählen. Dementsprechend möchte ich jetzt auch gar nicht gegen die Show hier stehen, um Gottes Willen. Ich freue mich, wir sehen Hawkeye, wir haben Witze, wir haben Pfeile, die explodieren und offensichtlich noch Schlimmeres. Alter Leute, ich freue mich. An dieser Stelle übergebe ich wieder an Jan. Und Jan, hau mal hier richtig auf den Putz für unseren Marvel-Spleen, den wir ja gemeinsam haben, den wir teilen. Viel Spaß, Leute. Und ja, hoffentlich bis bald. Hey. Eieie. Ja. Was soll ich jetzt noch groß sagen? Also, ich finde, Ben, er hat es schon ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst. Vor allem, was diese ganze Ronin, Hawkeye, Clint Barton, Kate Bishop-Klamotte angeht. Dementsprechend werde ich ein bisschen mehr auf das, ja, drumherum eingehen. Also, zum einen finde ich erstmal cool, wie sie den Trailer gestaltet haben. Wir hören fast die ganze Zeit dieses Lied, It's the most wonderful time of the year. Klassisches Weihnachtslied, was ich übrigens immer mit dem Phantasial anverbinde. So, ähm, dazu kommt, zu diesem Lied, dass einige Sachen, ähm, vor allem einige Audio-Sequenzen aus diesem Trailer immer gut in dieses Lied reinpassen. Zum Beispiel haben wir die Szene gesehen, wo Kate Bishop, äh, den Glockenturm, äh, abschießt und der komplett einstürzt. Und als da die Glocke geläutet hat, es hat genau in dieses Lied gepasst. Wenn ihr mir nicht glaubt, hört es euch nochmal an. Mega gut gemacht. Ähm, teilweise auch, äh, Ähm, die Schüsse und Explosionen, äh, ich weiß nicht, ob es Schüsse waren, aber irgendwie auf jeden Fall sowas an Effekten, äh, hat da auch mega, mega gut reingepasst. Also, dahingehend schon mal echt mega cool. Dann hat man, äh, relativ zu Anfang gesehen, dass es wohl, ähm, in einem Theater, vor dem Clint Barton steht, ein, äh, Captain Rogers, äh, nein, Steve Rogers, ähm, ja, Captain America, Steve Rogers Musical gibt, ähm, Loki habe ich auf der, ähm, auf der Bühne auf jeden Fall entdeckt. Ich bin gespannt, inwieweit das Thema ist, ob das nur so eine kleine Sequenz ist. Fände ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, wenn es dann in so einem Trailer drin ist. Aber die Idee finde ich schon mal mega witzig. Ich bin riesen, äh, riesen Musical-Fan. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie die ganzen Filme noch mal als Musical rausbringen. Ich wäre dabei. Definitiv. Dann wird es in dieser Serie mega, mega interessant, weil, äh, Clint Barton ist so einer der wenigen Marvel-Helden, der zwischen zwei Welten steht. Einmal die normale Welt mit seiner Familie und seiner Frau, ähm, und dann die Welt der Superhelden. Das haben wir auf jeden Fall bei Ant-Man noch. Und dann hört es auch, glaube ich, schon auf. Ähm, und das macht die ganze Sache noch mal ein bisschen interessanter und gleichzeitig für Clint Barton wahrscheinlich auch sehr tricky. Denn wir haben gehört, seine Tochter freut sich riesig darüber, dass sie Weihnachten endlich wieder zusammen feiern. Ähm, und dann kommt es in der Welt. Da kommen diese ganzen Geschehnisse mit Ronan in den Nachrichten und Clint Barton geht auf Mission. Und natürlich ist das für die Familie erstmal wieder so, hm, okay, das kennen wir. Mal gucken, ob er pünktlich zurückkommt. Müssen wir uns Sorgen machen, fragt seine Schwester, äh, fragt seine Schwester. Genau, fragt seine Tochter. Ähm, und ich denke, dass, äh, Clint Barton wieder sehr in diesen Konflikt gerät. Und jetzt haben wir aber was Gutes. Wir haben diesen Konflikt schon immer mal wieder in den Filmen gehabt. Aber er konnte nie so richtig behandelt werden. Jetzt haben wir eine Serie. Das heißt, es werden, äh, ja, ich tippe mal, bestimmt so acht bis zehn Folgen sein. Ähm, und dementsprechend haben wir Zeit, all diese Punkte vernünftig auszuarbeiten. Was heißt wir? Disney hat die Zeit. All diese Punkte vernünftig auszuarbeiten. Zum einen diese ganze Familie-Geschichte. Zum anderen aber auch diese ganze Ronin-Geschichte. Also wo er, ja, gucken möchte, wer ist Ronin und warum, ähm, hat da irgendjemand meine alter Ego-Identität angenommen. Und dann natürlich aber auch, ähm, die Zusammenkunft von Kate Bishop und, ähm, Clint Barton und scheinbar deren Ausbildung. Ähm, wir haben ganz viel Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich hoffe, dass sie, äh, dass sie die Serie mindestens genauso gut machen, wie diesen Trailer, der wirklich mega cool war. Anders kann man das nicht sagen. Und wir haben diese Zeit. Definitiv. Und vor allem ist es natürlich, ähm, auch wichtig hin, im Hinblick auf die zukünftige Geschichte des MCUs. Ähm, wir sind in Phase 4. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Clint Barton nach dieser Serie in Rente geht. Dass wir ihn maximal nur noch für so kleine Auftritte sehen, ähm, weil Kate Bishop einfach übernimmt. Bishop. Nicht Bishop. Bishop. Ähm, da bin ich felsenfest überzeugt. Und dementsprechend muss sie gut, äh, eingeführt werden, ähm, und natürlich irgendwann auch selbstständig stehen. Wo ich noch sehr gespannt bin, ist, äh, Hayley Stainfield. Ich bin, äh, Fan von Hayley Stainfield. Allerdings waren ihre Rollen, die ich so von ihr kenne, meistens so typische Mädchen- bzw. Teenie-Rollen. Ähm, und man hat schon so ein bisschen Naivität rausgehört bei ihr in diesem Trailer und ich hoffe, dass das keine Überhand nimmt. Weil ich denke, es wird schon wichtig sein, dass vor allem zum Ende hin der Serie es unfassbar wichtig ist, dass Kate Bishop dann, ähm, ja, eine relativ gestandene Frau ist, ähm, um wirklich eine Bereicherung für ein eventuelles zukünftiges Avengers-Team sein zu können. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, wir haben noch eine Gruppe gesehen, gegen die gekämpft wird. Allerdings muss ich sagen, kann ich noch nicht sagen, wer das ist. Ich hatte kurz überlegt, ob es eventuell die Ten Rings sind, weil, äh, bei Shang-Chi wurde ja gesagt, äh, the Ten Rings will return. Äh, allerdings waren das, soweit ich es gesehen habe, keine asiatischen Menschen, gegen die gekämpft wurden. Das heißt, die Ten Rings sind wahrscheinlich raus. Ähm, die, äh, Gruppe aus Falcon and the Winter Soldier wird es höchstwahrscheinlich auch nicht sein, weil die Leute waren schon, ja, recht kräftig, groß, eher so Richtung Rocker, Mafia. Mal schauen. Sind natürlich alles nur Spekulationen. Vielleicht haben wir es auch einfach mit wem komplett Neues zu tun. Was ich ziemlich krass finde, weil, ähm, diese Gruppe, ähm, aus Falcon and the Winter Soldier, ähm, ja, war ja schon ziemlich cool. Die Frage ist, ob die wirklich alle, ähm, alle nicht mehr verfügbar sind, ohne jetzt so viel spoilern zu wollen. Ähm, ja, mal schauen, auf welche Gruppe wir da treffen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, hab ich noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Äh, äh, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Wie gesagt, Benner hat ja schon sehr viel, äh, zu der Beziehung zwischen Kate Bishop und, äh, Bishop und, ähm, Clint Barton gesagt. Die natürlich, äh, die natürlich den, die Hauptzeit, äh, füllen wird. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus. Es wird sehr witzig, so wie es aussieht. Also selbst die, äh, Einblendung hier mit dem Flitzebogen, das war ja schon sehr amüsant. Achso, doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, ich muss sagen, diese ganze, äh, Weihnachtsklamotte gibt dem Ganzen noch mal einen Charme. Scheinbar spielt es sich ja wirklich, ähm, in dieser Vorweihnachtszeit bis Weihnachten ab. Weil die, äh, die Tochter fragt ja, bist du zu Weihnachten da? Und man kann ja jetzt spekulieren, dass dann wahrscheinlich zu Weihnachten hin, ähm, die Sache gegessen ist. Ähm, aber ich finde, es bringt irgendwie noch mal einen anderen Flair. Sonst war bei Avengers immer, yo, wir hauen uns auf die Fresse, wir zerstören ganze Städte, ähm, es war natürlich jetzt bei, ähm, bei Falcon and the Winter Soldier nicht so schlimm und auch bei, äh, was heißt nicht so schlimm, kaum da. Ähm, und auch bei Scarlet Witch, äh, beziehungsweise WandaVision, ähm, war es nicht so. Aber, ähm, bei den Avengers-Filmen war es immer so. Und hier gibt es jetzt irgendwie, ja, so ein anderes Setting mit diesen ganzen Weihnachtslichtern und dem Schnee. Es wirkt einfach irgendwie cool. Ähm, und gibt dem vielleicht noch mal ein ganz anderes, äh, oder noch mal ein anmutigerendes Gesicht. Ähm, bei Chang-Chi war es ja schon mal so, dass wieder ein bisschen was Neues dazu kam. Und das ist vielleicht auch mal ganz nett. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gehypt, ähm, vor allem was halt auch dieses ganze Optische angeht. Und, ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. 24. November, ähm, ist Startdatum, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, es dauert jetzt auch nicht mehr so, doch, es dauert noch extremst lange. Für uns Fans ist das eine halbe Ewigkeit. Aber, ähm, wir haben ja aktuell noch What If, äh, die auch ziemlich interessant ist. Ähm, und dann ist Hawkeye halt die nächste. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich, ich freue mich auf den November. Und wir kriegen ja auch noch einige Filme zu sehen in der Zeit bis Weihnachten. Und dementsprechend, wir sind ja eigentlich gut versorgt. So, mehr gibt es von mir jetzt nicht. Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Review oder, ähm, in der nächsten Trailer-Reaction, je nachdem, was Disney noch so rausschmeißt. Und, ja, Freunde der Sonne, denkt dran, Filme und Serien sind einfach geil. So, mehr Funktions? So, mehr Funktions? Untertitelung des ZDF, 2020